hallo liebe geschwister ein ganz kurzes video nur und zwar hat mcm gestern wieder ein video hochgeladen es geht ungefähr um aufzustumpen es geht ungefähr vier minuten ungefähr fünf minuten ja und da geht es darum meine freundin hat mir gestern wir waren im auto und hat sie mir erzählt werden wie ich sie nach hause gefahren habe dass das mit dem bränden dass da viele tiere gestorben sind 480 million 480 millionen tiere sind gestorben schätzt schätzen irgendwelche leute und da kombiniert mcm wieder dieses kombiniert mcm dieses wir haben nicht nur ein pulverfass im nahen osten wie hat sondern wir haben ein großes tier sterben leute christen hört auf mit diesem terror hört auch in diesen terrorismus ja und nur im abonnenten und klicks zu bekommen und die leute zu erschrecken wo ich muss mcm gucken ich muss mcm gucken und um zu gucken komm jetzt der endzeit nahe oder oder nicht ja das ist terrorisierung wir haben ein pulverfass ich werde euch wieder eine kleine formel machen wir haben ein pulverfass im nahen osten zeit je her zeit anfang an babylon persien islam und es war immer schlimmer als wir jetzt babylon war schlimmer als jetzt persien war schlimmer als wir jetzt islam mit mohammed aktuell ist schlimmer als jetzt ja bis 800 jahre bis 800 jahre nach dem nach der entstehung des islams ja war das immer schlimmer als wir jetzt im nahen osten immer wir hatten teilweise in iran wir hatten teilweise in irak teilweise im golf ja hatten wir teilweise wie wir es jetzt zum beispiel sehen in katar und sowas ja was auch noch schlimm ist aber wir sehen da dass die leute dort 6000 euro mindestens ja im monat verdienen dass sie das beste sozialsystem haben oder hatten wir sehen das in ja in libyen damals ja wo wurde den den gasi da wie heißt es umgebracht haben wir hatten das beste sozialsystem auf der weltweit gehabt ja leute brauchten nichts für die schule bezahlen nichts für den arzt bezahlen strom kostenlos und so weiter es waren gute umstände im nahen osten ja und hier versucht man schon wieder ja ich will dem mcm nichts vorwerfen vielleicht glaubt er wirklich was er da erzählt es kann ja gut sein dass er wirklich selbst glaubt was er da erzählen ja ich wäre für nicht vor dass er das bewusst macht ja im terror den christen ja terror zu verbreiten weil das ist terror ja das ist terror wenn menschen zu glauben zu machen dass die endzeit da ist das schränkt einen ein das paralysiert eine ja es kann passieren dass menschen nur noch zu hause hocken und auf die endzeit war ja versteht ihr das ich will dass ihr glücklich seid und wenn die endzeit kommt dann ist sie da und noch mal verkündet das wort ja wir können die von der endzeit war erwarten wenn jemand frägt aber nicht von uns ausständig über die endzeit babbeln das ist terrorismus verbreitet terror verbreitet geistlichen terror versteht ihr das wenn jemand frägt ja was ist denn mit der endzeit gibt die in antwort ja unser hauptauftrag ist liebe ja ich habe mich dafür entschieden mehr gegen die unwahrheit zu kämpfen ja wie gesagt ja jeder hat seine aufgabe ich habe mich dafür entschieden mehr gegen die unwahrheit zu kämpfen weil wir haben leute wie bald erwähnt wenn er geht und wenn ich mal 60 bin 40 bin 60 und 70 bin da werde ich natürlich auch viel mehr über die bibel machen viel mehr das problem ist ihr müsst wissen man muss wirklich schon ein brett sein um über die bibel sprechen zu dürfen ja muss man wirklich schon ein brett sein wenn ich ein fehler im islam gemacht habe ich fehler gemacht ist sowieso unwahrheit wenn ich aus versehen gesagt habe 72 und frauen aus den 73 und frauen sagen wir sind aber 72 und frauen komme ich deswegen nicht in die hölle ich habe fehler im islam gemacht ja was ich habe niemals bewusst machen werde ja und ich denke mir jeder weiß dann okay der hat jetzt mal kurz fehler unbewusst getan denke ich mal das weiß jeder ja dass ich daher nicht lügen will so und das ist was ich mein mein vorhaben ist unser erster auftrag ist liebe unsere größte waffe ist jesus christus ja das wort wir können dem wille des vaters tun ja den nächsten zu lieben ja wie sich selbst den feind zu lieben und so weiter ja wenn ihr christen im werk der bibel arbeiten wollt dann hört auf euch auf das terror auf die endzeit zu konzentrieren ist das so schwer zu verstehen ist glaube ich jetzt mit einem satz einfach zu verstehen hört auf euch auf die endzeit zu konzentrieren konzentriert euch darauf menschen jesus christus zu bringen ja das ist das werk des vaters ja ich habe euch mein sohn gegeben einen neuen bund ich habe euch einen neuen weg gebracht ja einen neuen weg gebracht trotzdem in den himmel zu kommen ja obwohl ihr so sünder seid und dieser weg heißt jesus christus ich bin der weg sagt jesus christus ja und hier ja kombiniert mcm dieses wir haben nicht nur ein pulverfass im nahen osten sondern auch tiere sterben ja und ich habe vor kurzem gesagt ja die tiere werden sterben ist einfach nur einfach nur formel soll jetzt sind natürlich 480 millionen tiere gestorben jetzt okay boom jetzt könnte ich sagen okay ich habe ja gesagt an dieser formel werde ich erkennen das war in australien in australien 480 millionen tiere gestorben ja was glaubt ihr vor 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 500 jahren meint in australien ist sowas gang und gäbe ja diese enormen brennen und dieses enorme enorme sterben das ist dort gang und gäbe ist zeitaufzeichnung ja gebe ich zu zeitaufzeichnung gab es noch nie ja so eine derart so derart brand und so viele so viel tiersterben aber acht menschen sind gestorben bis jetzt sind acht menschen gestorben nur in anführungsstrichen versteht mich nicht falsch nur ja von welcher katastrophe sprechen wir sind da jetzt 500.000 menschen gestorben versteht ihr was ich euch sagen acht menschen sind da nur gestorben ja und gott bewahren ja schade traurig darum und die schätzen auf 480 millionen das ist eine schätzung nur eine schätzung ja gute leben ja er kombiniert er kombiniert hier um mehr um mehr den leuten zu beeindrucken oder den eindruck zu erwecken die endzeit ist nahe weil wir haben jetzt nicht nur ein pulverfass im nahen osten wir haben auch das große tiersterben wie es ja in der bibel steht noch mal das haben wir von anfang an und das tiersterben haben wir von anfang an wir haben die 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 mayas sind ausgestorben ja die azteken sind ausgestorben ja wir haben so viele menschengruppen die ausgestorben sind ein meteoroid ist laut wissenschaft auf die erde gekommen hat die hälfte der welt zerstört ja menschen tierer pflanzen und alles ist wieder ja und das ist auch was in australien passieren wird ja so viele tiere sind gestorben und es wird ja weil wie gesagt guckt euch mal um guckt euch mal um ihr werdet verfolgt werden eingesperrt und getötet werden jetzt hört mir genau zu meine lieben geschwister wenn wir jetzt die endzeit haben würde das heißen dass ihr keine christenzeit Ich werde euch jetzt mit einem Satz so schachmatsetzen, wie immer bei Dr. Wake Up. Wenn wir jetzt wirklich in der Endzeit wären, würde es heißen, ihr und ich sind keine Christen. Wisst ihr warum? Denn in der Endzeit werdet ihr verfolgt werden, eingesperrt und getötet werden. Und die einzigen Christen, die gerade verfolgt, eingesperrt und getötet werden, hört genau zu, sind die Leute in Nahen Osten, in China, die Christen, in was weiß ich wo, aber nicht in Europa. Nicht in Amerika, nicht in Amerika. Ja, also von dieser Hohen, ja, das würde hier heißen, wir werden alle in die Hölle gehen. Denn die echten, wahren Christen, die gerade in der Endzeit verfolgt werden, sind nur im Nahen Osten, in China, in Nordkorea, in was weiß ich wo, ja, aber nicht in Europa, ja. Wenn ihr glaubt, dass ihr in der Endzeit seid, meine lieben Freunde, heißt das, dass ihr keine Christen seid, denn wir werden gerade nicht verfolgt. Hört genau zu, wenn ihr glaubt, dass wir gerade in der Endzeit leben, ja, dann... Das war das Sch 떨어�ise. Das war der Endzeit bin ich Hakk cru да? Das war der Endzeit in der Endzeit. Das war der Endzeit auf der Endzeit nicht in 3,4 D ощущ abhören. von der Eых